Hast du dich schon mal gefragt, ob ein Albtraum nicht viel besser ist als ein schöner Traum? Wahrscheinlich nicht, da es ja eigentlich klar ist, dass ein schöner Traum besser ist. Sonst würde er ja auch nicht schöner Traum heißen. Aber wenn du genauer darüber nachdenkst, ist der Albtraum gar nicht mehr so schlimm. Denn Albträume sind nur eine Illusion. Du wirst wach und alles ist zum Glück vorbei. Und im Laufe des Tages vergisst man das Geträumte wieder. Wenn schöne Träume enden, bist du zwar traurig, dass es vorbei ist, aber du denkst noch ganz oft an ihn. Erzählst davon, steckst andere Menschen mit der Magie des Traumes an und versuchst vielleicht sogar, ihn wahr werden zu lassen. Wann enden schöne Träume? Genau, wenn es am schönsten ist. Endet das Leben nicht auch viel zu oft, wenn es am schönsten ist? Das ganze Leben ist ein schöner Traum. Darin erleben wir die verrücktesten Dinge, haben Spaß, ohne uns anzustrengen. Im Traum können wir nicht viel steuern, alles passiert von allein. Im Leben haben wir die Zügel in der Hand. Mach dein Leben zu einem schönen Traum. Lasse alle daran teilhaben. Dann ist es nicht schlimm, wenn man glücklich aufwacht und der Traum für immer schläft. - Untertitelung des ZDF für funk, 2017